Musik Hey Leute, herzlich willkommen zu Lucky Rush Mein Gegner heute ist wieder der Stunter Hallo Und wir haben wieder von Zuschauern Vorschläge uns angeguckt in den Kommentaren Und heute ist mit dabei der Tom Schuren Er hat geschrieben, mach mal bitte Inka vs Technik, würde ich mega feiern Sind meine beiden Lieblingsblöcke Jo, da ich gestern die Inka Blöcke hatte und sie nicht nochmal nehmen wollte Nehme ich heute die Technik Blöcke und Stunter die Inka Blöcke Und wir haben einen Rucksack und wir legen direkt los Let's go So, schreibt doch mal in die Kommentare wieder ein paar Vorschläge Und ja, da kommt ziemlich viel zustande Und denkt dran am Ende der Folge, wenn euch das ganze Video gefallen hat Einfach einen Daumen nach oben da zu lassen So, genau Und übrigens, Freunde, ich hab wieder was an Jo, Stunter, du musst nicht gegen den Nacken kämpfen Endlich, ja Alter, was ist das? Alter Was hab ich da? Ah, das ist schon mal okay Also, das muss da anziehen Wie, das muss ich anziehen? Ja, dann kann ich dich noch einfacher runter schlagen Echt? Ist es echt so? Soweit ich weiß ja Okay Mit dem Minus noch, wo kommst du ja mehr? Oder? Wow Ich weiß gerade nicht One-Hit So Oh nein Okay Gut Ich, also ich bin jetzt mal gespannt Oh, was, was ist das? Oh, ah, hä? Ah, was? Okay Der hat auch Scharpen-Szenen WTF Noch mal Scharpen-Szenen Was kann ich damit machen? Oh, okay Gut Dann gucken wir mal Ob mal Ey, das ist ja Okay Das ist gut Freunde Das ist überragend Das da Mach mal weg Das da auch Das da auch Das ist auch eine Waffe Die gut ist auf jeden Fall Und Oh Was? Oh, den ziehe ich nicht an Der hat Minus Health Weil wenn ich das anziehe Und dann sterbe Dann bin ich dauerhaft tot Dann kann ich nicht mehr wiederbelebt werden Den Bug hatte ich mal gegen Storm Ich hab den Resistance Sin Helm Ich hab den Resistance Sin Helm Ich hab den Wegwerfen Ja, hast ihn weggeworfen Scheiße Stimmt Darf ich ja anziehen Ja Das hättest du anziehen dürfen Also das haben wir ja In der letzten Folge so ausgemacht Dass man sich aussuchen muss Zwischen unsterblich sein Oder Hier Knockback Das da war gerade Ne, warum? Hä? Wieso kann ich schon die Alternative nicht aufheben? Ah, jetzt Das war auch komisch LOL Ah Slash Kill Ich hab grad zwei Inka-Rüstungen bekommen Und kann fliegen Was? Halt doch die Schnauze, ey Das Ding war Die hab ich hintereinander einfach bekommen Es war halt wieder übelst Glück Ah, ich dachte mit den Inkas Kann man ja gar nicht fliegen Aber anscheinend Dachte ich auch Du hast immer so ein scheiß Lack So Oh Gott Ich hab viele Lacken Dochs Programm Was ist das? Warte mal Okay Oh, der Cyborg-Helm Okay, das ist schon mal cool So So Loll Slash Lack 2 So Aber ich glaube Ich hätte eine Möglichkeit Wie ich das abwenden kann Äh, ne Dann nehmen wir nicht den Helm So Was ist das? Okay Ne, da ist das dann natürlich besser Ah, Mann Okay Warte mal Ist es das? Ja Ist nicht die da Knockback 10 Okay, Goldblöcke Bestattet ihr mal einen Besuch Aber ich will was an die Testen Nein Hab mal Hier Und da Loll Ich kann nur auf den Boden gucken Hä? Ne, deine Steuerung ist einfach komplett umgekehrt, glaube ich Versuch mal ein paar Blöcke zu bekommen, sodass du auch rüberkommst Hä, was ist das da? Ah, das ist ein Zombie, der davonfliegt Wow Das ist Kiel Alter So, welches war denn jetzt das Schwert? Das da Das da Das da Das da Äh Ja Okay So Ich hab noch Den da Nochmal so ne Tastatur Und nochmal so ein Teil Alter, was ist das? Bei mir packt so ne Drecksanzeige so rum Warte mal, mach mal das mal weg Fire Aspect Was? Okay Ah ne, du hast wahrscheinlich was mit Fire Resistance So, wie ich dich kann So, was ist das? Handschuheaser Ey, da sind echt geile Sachen dabei Aber das bringt mir halt nix gegen was zum Fliegen Hä? Ich hab bis jetzt noch keine Blöcke bekommen Du hast aber was zum Fliegen Hä? Äh Warst du das gerade? Was? Du hast dich doch mit diesem einen Dings da abgeschossen Ne, hab ich nicht War nicht ich Oh, er ist, dass mein ganzes Inventar zerstört Was heißt Inventar zerstören? Also alle Items sind halt In irgendeinem Random Slot Das kann ich überhaupt nicht abhaben Ja, das hatte ich auch vorhin So Ach, du Kacke Ich hab, Alter, ohne Witz Was Rüstung angeht Ich helfe dir mal ein bisschen mit in die Mitte zu kommen Wow Ja, das waren alle Blöcke Ernsthaft? Ja Das Einzige, was ich eigentlich wissen muss ist Du hast ja hier noch Blöcke Lol Ah Nein Och nee, jetzt ist alles wieder umgekehrt Das Ding ist Ich glaub, ich krieg dich nicht mal tot Lol Äh Zerstör halt den Weg in die Mitte Den du mir gerade aufgebaut hast Och nee Du hast mir gerade den Weg in die Mitte aufgebaut und zerstörst ihn wieder, geil Und ich dachte, man kriegt mit den Inkas kein Flugzeug, Mann Ich hab ja auch kein Flugzeug bekommen, ich hab nur Flugschuhe Na ja, mein ich doch Ja, aber Flugzeug ist was anderes Ja, Flugzeug Ich such mal deine Wolle kurz Wow Nein, mach das nicht Ich kann dir ein paar Enderpellen geben Kannst du auch direkt zu mir Ah, du bist schon bei mir fliegen Fast, okay Bin fast da, ja Weißt du, und ich hab die Wolle so geil versteckt, dass man da nur hinkommt, wenn man halt ein bisschen nachdenkt, aber mit Fliegen ist es halt lächerlich Och nee, nicht, wenn man nachdenkt, das ist meine Schwäche So Ah, okay, doch nicht, ich hab deine Wolle Aber gleich erst abgebaut Und deine Wolle ist weg War ja nicht sonderlich schwer Nein Deine Wolle ist auch weg Okay, warte mal Oh nein, du darfst dich nicht damit treffen Weg mit dir Hey Nein, du darfst dich damit nicht treffen, nein, da sind sie Verschwinde Alter Komm her Hä? Lol Ich hab mein Schwert weggeworfen Aus irgendeinem Grund Auch gut Alter Ich sag, das Battle wäre anders ausgegangen, wenn du meine Wolle nicht so gefunden hättest Ja, wär das auch höchstwahrscheinlich Ja Und ohne dieses Fliegzeug Naja, aber kann man nix machen Ist halt Lucky Block Battle, Leute Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare Welches Battle wir das nächste Mal machen sollen Ob wir jetzt zum Beispiel Ähm Slash Game Mode Game Mode 1 Ob wir zum Beispiel 16 Blöcke davon Oder 16 Blöcke davon Und davon und davon und davon machen sollen Oder diese Blöcke versus diese Blöcke Also ihr kennt ja Die Blöcke die wir alle bei uns haben Hier mit Lucky Blocks und so weiter Sucht euch da was aus Schreibt es in die Kommentare Bis zum nächsten Mal Und tschüss Bis zum nächsten Mal drove den von Bis zum nächsten Mal.